Ein Wunder, ein Wunder würde ich schon bejahen. Eigentlich haben wir Vogelwelt-Eiserkick gespielt. Das hat sich eigentlich so bei mir in meinem Leben eingeprägt, dass man Dinge schaffen kann, die eigentlich unmöglich sind. Ein Wunder, ein Brunzi. Möchtest du mir sein Stad? Ja, grüß ich, Futter, jetzt haben wir das, es gibt es ja nicht. Zuerst haben wir Touristen und dann gewinnt Brunzmittel. Und jetzt kriege ich Gänseheraus.